mein verkrampft ist auch nicht so geil jetzt war es nicht hinten lang den grauch habe ich auch in die richtung wo das war verdorbenheit 25 32 gesagt hier einfach dahin wo feuer fällt du wirst mir sicher noch nützlich sein die kanzeldinge Ich weiß nicht, was ich weiß. Ich sag dir tschüss, ich mach's weiter. Oh, Gottes. Das nehm ich lieber mit. Stürmer. Arsenal. Nicht schon wieder. Ich kenne dich einfach neben meinen Willen hier runter. So, du bist deine Stadt. So, ich geh jetzt erst mal hier zum Lagerfeuer. Oh, ich hab voll. Jetzt geh ich in die Stadt. Das hier muss Scheuerfeld sein. Marats Agent sollte inzwischen am Marktplatz angekommen sein. Genau. Jetzt reden wir mit den Leuten und dann... So. So. Winter. Okay, hier wird gearbeitet. Und hier darf ich sprechen. Okay. Wer hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. Sehe ich aus, als hätte ich Zeit? Ich hab mein Vermögen nicht geerbt, sowie einige der Karcherart wegen. Ich verklau dich erst einmal nebenbei. Aber so langsam gefällt es mir hier. Muss hier irgendwo sein. Okay. Wenn wir finden, seine Spure. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Hier ist einer in Karo. Das ist Marats Agent. Der Waldschläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas. Mit seinem Blut. Gut. Das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfelds. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Irgendwie habe ich das erwartet. Das werde ich dann aber nicht mehr in dieser Aufnahmesetzung machen. Denn jetzt werde ich hierher gehen und gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Dann geht's weiter. Ich kann einfach nicht schlafen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich weiß nicht mehr... Anfangs hatte ich beim Sonnenreich so meine Zweifel. Aber es wächst mir langsam ans Herz. Ja, toll. Ja, ich habe ein wenig hier... Ih, Inventar. Ich habe hier ein wenig rumgebastelt. Ich habe eine Steinschleuder gefunden. Ich habe... Ein, kurz so ein Fallen Ding. Sprengschleuder habe ich gefunden. Die habe ich noch gar nicht ausgefüßt. Die habe ich noch gar nicht gepimpt. Soll ich auch noch was zu pimpen? Mehr Schaden. Mehr Handhabung. Mehr... Habe ich nicht. Ich habe Outfits gepimpt. Ich habe Fallen aufgeladen. Habe ich nicht. Die Dinger, die ich nicht nutze, habe ich nicht. Ich habe einiges gemacht, während mir irgendwer was verkaufen wollte. Nein. Ich dachte, ich hätte alles gemacht. Ich habe auf jeden Fall Sachen gekauft. Ich habe den Inventar ein bisschen gebessert. Ich habe Modifikationen draufgesetzt. Auf alles, was ich konnte. Daher bin ich ein bisschen besser ausgerüstet als vorher. Ich hoffe, dass ich jetzt Spaß habe, wenn ich hier hochlaufe. Ich habe vergessen, was meine Quest war. Ich gehe zu der Walslager. Ich meine ja, dass ich hier irgendwo Spuren gefunden hatte, letztes Mal. Genau, da hat er dann in das Spiel gesagt, hey, du gehst mal zum Lagerhof. Irgendwo hier, na egal. Jetzt bin ich gespannt, wie ich mich im Spiel weiterschlage, wie ich andere schlage, mit dem hier. Ob ich irgendwann mal die Dinger hier teste. Äh, nee, erstmal ohne. Vielleicht kann ich mit den Sachen ja auch, äh, die Brutstätte Seta schaffen. Aber erstmal... Ich gehe durch das Nebeldick, gehe ich da oben hin. In der Hoffnung... Neues Leben auf diesem Planeten zu... Ne, das war woanders. Ähm... Ein Medizinbeutel ist voll. Ungewöhnlich. Und da drüben sind... Ja, Wüste. Was im Schneegebiet jetzt komisch ist, weil... Da ist ja nichts Wüste. Aber ich hab' auch Wasser hier... Hab' er gefunden. Ich muss da hinten hin. Irgendwer sagt, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin auf dem Weg entlang. 200 Fuß. Entfernt. Geht euch hier einfach mal am... Weg entlang. Warum spinnt ich nicht? Ist doch fit genug. Wird doch jahrelang trainiert. Nicht mehr ausgestoßen. Nicht mehr ausgestoßen. Ich will hier was Großes. Klappenhäuler. Oh, Wächter. Den hier einfach so vorbeirennen. Ich bin mir gespannt, wann ich in der 60. Folge bin. Ich hab' keinen Überblick mehr, in welcher Folge ich jetzt gerade bin. Ich bin einfach weiter und... ...habe hoffentlich viel Spaß. Turmvogel, was? Turmvogel, was? Ich lass' hier keinen rumfliegen. Ist hier wahrscheinlich rum. Und es sieht echt hübsch aus, obwohl es aus 2017 ist. Ist ja schon fast... ...das ist sieben Jahre, ja. Ich kaufe mir immer Spiele und dann spiele ich sieben Jahre nicht. Und dann... ...fälle Patches durch und das läuft für immer frei. Das Geläste auch hier. Oh, so langsam könnte ich mal hier diese andere... ...planetarische Spiele spielen. Ach, guck mal, wer ist denn das? Den kenn ich doch. Äh, hab den Namen vergessen. Wie immer. Ich hab' da rausgekommen. Maschinen. Sie wurden angekettet. Ich hab' da von... ...herren. Vielleicht... ...experimentiert er... ...oder er braucht ihre Teile. Vielleicht kann ich sie uns zunutze machen. Ich werde vorgehen. Bleib zurück bis der Kampf beginnt. Okay. Wir rücken nach. Sekunde kurz Den Verwüster merke ich mir Ihr sollt zurückbleiben Ich sehe einen Weg da hoch Schauen wir mal, hier ist einer Da ist einer, ein paar sogar Ich habe die Kraftlinie, das erwarte ich schon seit 2 Minuten Setter im Bezug at werden Bezüge ich Vorne ist keiner drin, ne? Hm... Jetzt kriege ich's? Natürlich! Was soll's? Weiter! Warte mal, stimmt! Müsste ich überlegen? Warte mal! 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 Ah! 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 Du bist so ein alter Rot! Du bist so gut eingefündet. Entschuldigung. Du wirst es nicht zusehen. Was ist das? Wir werden alle drauf gehen! Das war mein Plan. Wir wollen nicht mit uns anlegen, ne? Kein Sinn! Bist du bereit zu starten? Was macht ihr? Für die Galsinster muss sie irgendwo sein. Finden wir sie. Bist du bereit? 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 Stimmt. Wird die Mauer Schick. Justll machen wir weiter. Wird doch mit ihr nicht! Wird das nicht? Der Woll sagt, ihr soll Dreck fischen. Der Woll sagt, ihr soll Dreck fischen. Wir können sie Ach komm Wir können sie Das war's für heute. ich habe nicht so richtig gesammelt hat egal zeit für feuerfeuern ich probiere die dinge mal aus und aufzahlen nehmen wir zwar noch mal nicht die skippen Das war's für heute. 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 Jetzt können wir rein, danke. 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 Danke.